Winterzauber und Weihnachtsstimmung im Zentro und auf der Promenade. Über 150 Holzhütten laden zum Stöbern, Staunen und Schlemmen ein. Entdecken sie faszinierendes Kunsthandwerk und köstliche Leckereien. In der Zentro-Winterwelt können sie aber noch viel mehr entdecken. Rasante Kindermotorschnitten und eine abgefahrene Schneerodelbahn bieten auf dem ÖPNV-Platz jede Menge Spaß in einer winterlichen Schneelandschaft. Und natürlich darf die Pistengaudi nicht fehlen. Freuen sie sich auf Après-Ski-Partys mit ihren Lieblingsinterpreten, immer freitags und samstags ab 21 Uhr in der Winterwelt. Nach einem Weihnachtsbummel können sie in der Salzburger Almhütte einkehren. Urige Atmosphäre, authentische Küche und eine tolle Kulisse machen Lust auf Urlaub in den Bergen. Diesen können sie auch hier direkt buchen. Genießen sie den Advent mit ihrer Familie und erfüllen sie Weihnachtswünsche am Zentro-Wunschbaum. Watz und Zentro haben sich auch in diesem Jahr wieder zusammengetan, um Weihnachtswünsche von 1200 Heim- und Pflegekindern zu erfüllen. Um dies zu tun, brauchen wir ihre Hilfe. Informieren sie sich am großen Wunschbaum vor C&A, wie sie Kinderaugen zum Strahlen bringen können. Am 6. Dezember macht der Coca-Cola Weihnachtstruck am Zentro halt. Eine Bühne mit viel Programm, tolle Überraschungen und natürlich Santa Claus, höchstpersönlich, laden zum Bewundern, Staunen und Anfassen ein. Direkt vor der Coca-Cola-Oase. Und weil es ihm so gut gefällt, bleibt der Weihnachtsmann gerne noch länger. Vom 7. bis zum 23. Dezember zieht er ins Coca-Cola-Zelt auf dem ÖPNV-Platz. Dort nimmt er persönlich die Wunschzettel der kleinen Gäste entgegen. Kostenlos gibt es von diesem besonderen Tag dann auch ein schönes Erinnerungsfoto, das mit nach Hause genommen werden kann. Mehr Informationen zu diesen und weiteren Weihnachtshighlights finden Sie auch auf www.zentro.de slash weihnachten